Die hab ich von Buddy Holly. Das Lied heißt Dein ewiges Nein geht mir auf den Sack, du Sau. Baby, Baby, dein ewiges Nein geht mir auf den Sack, du Sau. Nimm schon den Lappen und wisch den Tisch ab. Baby, Baby, dein ewiges Nein muss nicht sein. Nimm schon den Lappen, ich hab ihn dir gekauft. Er ist kariert, deine Lieblingsweife kariert. Ich habe gestern Nacht einen Kringel gemacht mit dem Bierglas beim Fernsehgucken. Baby, Baby, dein ewiges Nein geht mir auf den Sack. Du Sau, nimm schon den Lappen, ich hab ihn dir mit Liebe gekauft. Baby, 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 nein muss nicht sein. Sag ja zum Leben, nimm den Lappen und wisch den Tisch ab. Ich kann es doch nicht, ich bin nur ein Mann, der nicht richtig putzen kann. Oh, 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 oh. Ich habe gestern noch deinen Kringel gemacht mit dem Bierglas auf dem schönen Makakonitechen. Beim Fέρf fiancegucken in der Nacht Ich seh doch gern die Sendung mit den vielen T-T-T-T-T-T-T-T Die Sendung mit den vielen T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-Tieren Die von Heinz Siedlmann moderiert wird Ein toller Typ, ein guter Moderator Er liebt Tiere Wie andere Spaghetti-Eis Er zeigt uns, wie die Tiere leben auf Kalapagos. Die vielen, vielen Schilddrüsen, Schildkröten, die dort ihr Zuhause haben neben den Varanen. Oder in Afrika Kamele und Dromedare. Die Dromedare haben nur einen Buckel, Kamele haben zwei. Zwei Buckel ist nicht mehr, denn in einem Dromedarbuckel ist dafür etwas mehr Fettgehalt. Diese Tiere leben in der Wüste und müssen sich ihren Wasserhaushalt lange anspeisen. Sie tragen ihn auf dem Rücken, die Getränke auf dem Rücken. Die Getränke auf dem Rücken, die tragen die Getränke auf dem Rücken. Ja, das kann ich nicht. Oder aber auch die Schlangen, wie sie sich fortbewegen durch sogenannte Schlangenbewegungen. Aber auch die kleinen Tiere sind gerne gesehen in den Fernsehsendungen. Es dreht sich um Termiten und Ameisenhügel. Termiten, 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 ja, Termiten, ja, Termiten. Ich hatte einmal Termiten im Bein. Das war nicht sehr gut. Sie hatten sich so wohl gefühlt und dort eine Burg gebaut. Und da hat es knies eine Burg. Und dann, 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 da, 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 da. Nein, 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 lass es nicht sein, dein ewiges Nein. Du lachst mich aus, weil ich nur ein Mann bin und nicht richtig putzen kann. So wie du, Schatz, 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 Schatz. Baby, Baby, dein ewiges Nein. Ich wusste es. Solo. Ich bin schon, das war so. Kariertes Spültuch. Ich habe es mit 40 Grad gewaschen gestern mit. Colortab. Danach in dein Handtuch geholt. Damit es nicht in der Sonne bleibt. Das schöne, kariertes Spühltuch. Das ist in der Sonnebleiche. Oh. Ich würde das noch nicht in der Sonne、 dann, ich würde das noch nicht in der Sonne behalten. Und das ist in der Sonne, ich würde das noch nicht in der Sonne behalten.